Immer dieser Steuernherr! Was sollen eigentlich diese Werbungskosten? Ich mach doch keine Werbung! Doch machst du, Lisa, nämlich für dich selbst. Alles, was du für deinen Job ausgibst, nennen die Steuerleute Werbungskosten. Das heißt, du bekommst als Arbeitnehmerin Geld zurück für den Weg zur Arbeit, das Homeoffice, Bewerbungen, Fortbildungen, deinen Internetvertrag, den Laptop und vieles mehr. WiesoSteuer zeigt dir ganz einfach, wie das geht und wie du dir möglichst viel Geld zurückholst. Im Schnitt holt WiesoSteuer pro Person 1674 Euro pro Jahr zurück. Keine App schafft mehr. Also, worauf wartest du? Hol dir jetzt WiesoSteuer.